Last One Laughing, die dritte Staffel. Man muss auf der einen Seite die anderen zum Lachen bringen, aber selbst sich unter Kontrolle halten. Das ist sechs Stunden Anspannung, sechs Stunden Selbstbeherrschung und eine Regel. Wer lacht, fliegt raus. Ring frei für Runde drei. Ein Elf! Wie lange muss ich denn drauflassen? Ich bin ready for rumble. Ich hab's so gekämmt. Das ist so bekloppt. Mit Abdelkarin, Hazel Broga, Anke Engelke, Christoph Maria Herbst, Michelle Hunziger, Karolin Kebekus, Milko Nontjeff. Geiler Typ. Paulina Bruschinski, Olaf Schubert und Axel Stein. Ich wollte hier einmal trocken durchwischen. Last One Laughing, die dritte Staffel. Ab 14. April nur bei Amazon Prime Video.